Ahoi, ihr Sprotten! Ich bin die vogelfreie Zora. Mit mir kannst du alles über das Piratenleben lernen. Ich kann dir auch die besonderen Worte verraten, die nur wir Piraten geben. Wenn du schnell genug im Shop bist, kannst du noch einen Körperbrief über mich abgreifen. Der kostet doch ein paar Dublonen, denn ich bin ja die Goldzora.